ok leute ich glaube jetzt ist kein geheimnis mehr wo wir uns in den nächsten tagen befinden werden nämlich am nürburgring hergekommen bin ich ja mit dem tourek er aber der eigentliche star des films ist der golf variant er mit dem fahren wir die nächsten tage in rennstreckendauerlauf und das fahrzeug wird gerade in der konzernwerkstatt vorbereitet und ich würde sagen wir gucken mal vorbei was sich da so tut wir in der gesamtfahrzeugentwicklung fahren auch die dauerläufe mit unseren fahrzeugen und genau deswegen sind wir nämlich heute hier wir fahren mit dem neuen golf variant er im rennstreckendauerlauf am nürburgring ich glaube als erstes fällt der käfig ins auge der ist vor allem für die sicherheit der fahrer genauso wie der rennschalen sitz mit dem sechspunktgurt hier auf der rennstrecke kann immer was passieren gerade auf der nordschleife wenn man wechselnde wetterbedingungen hat und da muss für die sicherheit der fahrer gesorgt sein hier im heck kann man als erstes mal den transponder sehen der hilft uns nachzuvollziehen wo sich das fahrzeug genau auf der strecke befindet und wir sehen hier auch noch mal ganz gut den käfig der hier überall an die karosserie angreift im heck hier hinter dem fußraum und auch in der front hier ist übrigens auch der sechspunktgurt festgemacht unter anderem und wir sehen den feuerlöscher ebenfalls für die sicherheit mit dabei wie genau läuft sein dauerlauf ab wir fahren kontinuierlich runden zwei wochen lang sind ungefähr 250 runden die dann zusammenkommen wir wechseln die reifen die brems belege klassische verschleißteile alles andere am fahrzeug muss allerdings den gesamten dauerlauf durchhalten ich denke hier vor allem an den motor das getriebe die stoßdämpfer die entsprechenden lagerungen und wir bewerten nicht nur die hardware sondern gucken uns auch an wie das fahrzeug sich auf der rennstrecke bewegt also die software komponente regelt das fahrzeug so wie es soll werden die gänge so eingelegt wie wir es möchten und so weiter und so fort also was natürlich extrem belastet wird sind hier so die die räder die reifen also genauso wie die brems belege da gucken wir natürlich immerhin dass das alles in ordnung ist und auch für den fahrer sicher ist am ende und natürlich bekommt das ganze fahrwerk relativ viel belastung ab durch die ganzen stöße wir haben relativ viele unebenheiten auf der nordschleife wir haben auch einige kompressionszonen wo das fahrzeug sehr stark eintaucht und das sind so die punkte wo wir einfach gucken auch über langzeit dann auf der rennstrecke dass das alles hält jetzt so wie das fahrzeug auf der bühne haben kann man ziemlich gut sehen warum wir nach einigen runden die reifen wechseln hier in der flanke zum beispiel hat der reifen schon ordentlich temperatur bekommen sieht man ein bisschen an der verfärbung hier in der mitte sieht man auch ganz gut wie sich hier die flanken immer weiter abarbeiten das was eigentlich eckig sein sollte ist hier schon richtig trapezförmig abgefahren und abgenutzt und da möchte sich der reifen ja eigentlich darauf abstützen wenn man in die kurve fährt und das ist halt so jetzt nicht mehr gegeben ganz normaler verschleiß aber wir tauschen zeit damit wir wieder schnelle runden zeiten fahren können und den rest des fahrzeugs richtig unter hoher belastung so rennmontour ist angezogen und jetzt gehen wir mal auf die rennstrecke und schauen wie sich der golf r variante schlägt nach den ersten runden auf der strecke kann man auf jeden fall schon mal festhalten dass das fahrzeug schon sehr weit entwickelt ist und dass sich extrem gut fährt die abstimmung ist schon richtig weit und ja man merkt einfach die gute basis von der golfer limousine die sich ja auch hier weiter fortsetzt das fahrzeug was absolut spaß macht auf der nordschleife so das war es von der nordschleife wir hoffen es hat euch gefallen dann lasst gerne mal einen daumen nach oben da wenn euch diese art von video gefallen hat bisschen technischer behind the scenes dann schreibt uns gerne in die kommentare welche themen interessieren würden und lasst ein abo da damit ihr auf keinen fall verpasst wenn neues video von uns kommt ciao macht's gut volkswagen